Achtung, wichtige Informationen. Morgen geht es wieder los bis zum 31. Oktober 2023, jeden Tag ab 14 Uhr geöffnet. Achtung Terminänderung, das Feuerwerk findet am Sonntag, den 29. ca. 20.30 Uhr bis 21 Uhr statt. Die letzten sieben Tage der Leipziger Herbst-Kleinmesse jeden Tag geöffnet. Unsere Schausteller freuen sich auf euren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020